Hallo, ich wollte dir ein kurzes Update geben zu den geplanten Regelungen für den Eigenanbau. Neben den Cannabis Clubs, da regelt der Verein ja den Anbau für die Mitglieder und gibt das Produkt dann ab, darf jeder Erwachsene, jede volljährige Person, darf drei weibliche blühende Pflanzen haben, zum Beispiel im Balkon, im Garten oder drinnen. Wobei diese drei Pflanzen, die dürfen für Kinder und Jugendliche nicht zugänglich sein. Und am Balkon oder im Garten ist es ja eher unüblich, dass man Pflanzen wegsperrt oder einsperrt oder in einen Käfig stellt. Drei Pflanzen können doch einiges bringen, vor allem gerade outdoor, wenn du die Pflanzen zum Beispiel ins Hochbeet gibst und wirklich immer mit Kompost und Biodünger ordentlich nachlieferst. Und bevor die lichtabhängigen Pflanzen dann blühen, kannst du noch die eine oder andere Automatik unterbringen. Und wenn man dann wirklich weiß, wie streng das kontrolliert wird, ab wann welche Pflanze jetzt schon in Blüte zählt, kann man dann wirklich, wenn man noch drinnen die Pflanzen vorzieht und dann schon einigermaßen groß raussetzt, das Ganze noch einmal pushen. Und dann, wenn man dann auch die Pflanzen vorzieht,